Eine neuwertige 5-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Mainhausen. Das im Jahr 2005 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 122 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1135 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020